Hey, nicht jetzt das Video gucken. Ich streame auch um 17 Uhr. Also, guckt einfach rein. Ich streame um 17 Uhr. Ich habe gehört Minecraft. Viel Spaß mit dem Video. Sollen wir ein bisschen Fortnite spielen, Leute? Spielen wir ein bisschen Fortnite? Habt ihr Lust auf Fortnite? Leute, ich bin in Dino in Real Life und auch in Fortnite. Ist das nicht toll? Ich finde es super. Ich finde es wirklich super, Mann. So spiele ich jetzt Fortnite. Und das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, weil ich will Fortnite spielen. Okay, Leute. Auf geht's. Jetzt werden Fortnite-Games gespielt, Mann. Wir spielen Fortnite. Seid ihr bereit? Es wird ziemlich nice. Es ist Fortnite-Zeit. Das ist ein cooles Spiel. Ich wäre lieber tot als hier. Schmocki, hilf mir bitte. Wenn wir uns treffen, dann sehen wir die Sterne. Schmocki, du bist die allerschönste Frau. Schmocki. Für dich gehe ich in den Bau. Mann, dieser sch***lange Schwanz ist die ganze Zeit im Weg, Alter. Das Gefühl kennt ihr doch alle, oder? Okay, Schmocki. Es ist schade, dass du jetzt nicht dabei bist, aber ich kann dir verzeihen. Denn ich möchte unsere Liebe ja nicht dann zweien. Schmocki, ich wünsche dir eine geile Zeit. Denk immer dran. Halt dich bereit. Für eine geile Fortnite-Zeit. Yeah, Schmocki. Nee, Schmocki, es ist schade, dass du keine Zeit hast, aber ich bin nicht sauer. Ich bin nur enttäuscht, okay? Was soll denn die Frage, warum ich ein Dino bin, Digga? Ja, warum soll ich kein Dino sein, Alter? Leute, es ist meine eigene Entscheidung, ob ich ein Dino bin oder nicht. Und wenn ich mich so danach fühle, ein Dino zu sein, dann kann ich ja wohl ein Dino sein. Wir haben 2019, Leute. Wenn ich ein Dino sein möchte, dann bin ich ein Dino. Ich brauche eine anständige Shotgun. Ich kann mit diesem Müll haupt hier nicht spielen. Diese Drumshotgun ist eine Unverschämtheit. Leute, mit der Shotgun ist ja wohl absoluter Müll. Ich brauche eine vernünftige Shotgun, Alter. Wo finde ich jetzt eine Shotgun? Bam, Junge. Und den Typen dahinter hole ich mir auch. Wie kann man denn mit einer Shotgun gegen mich verlieren? Was macht er hier unten? Boah, ist das eine Müllshotgun, Leute. Ich will damit nicht mehr spielen. Ich möchte das nicht mehr. Ich fühle mich offended, Alter. Wir alle eine Konfe Shotgun haben außer mir. Ich muss mit diesem Müllhaufen hier spielen, Mann. Wann ist das Leben fair zu mir, Alter? Ich bin ein Dino-Junge. Ich bin zum Aussterben bedroht. Digga, wie soll man damit einen Gegner töten? Es geht nicht. Guck mal, die verlieren trotzdem gegen mich mit dieser Müllwaffe. Oh, Leute. Nein. Guckt euch das an, Leute. Da habe ich aber Glück gehabt. Da habe ich aber jetzt mal Glück gehabt, Leute. Das war ein epischer Gamer-Moment, Alter. Kann man nicht anders sagen. Ah ja, guck mal hier. Alle down. Sehr schön. Aua. Jetzt holen wir das, Leute. Let's go, Alter. Dino-Power in the game, Junge. Dino forever, Mann. Dankeschön. Dieses gottverdammte Dino-Kostüm. Vielleicht eine super Kräfte, Mann. Vielleicht mag es für euch nur Gruppenkeile sein. Aber für mich ist das eine Mission, Leute. Ich muss zeigen, dass die Dino-Rasse nicht gestorben ist. Versteht ihr, was ich meine? Wir Dinos sind eine ganz besondere Art. Und der hier war auch eine ganz besondere Art. Warum hat es denn hier wieder so viele Gegner und so wenig von meinen Verbündeten? Ah, Dino-Kostüm. Dino-Kostüm. Ey. Na komm, da muss man jetzt einen schönen Dropshot machen, ja. Der rechnet nämlich jetzt nicht damit. Zack. Zack. Ey, ich schwör, ich kriege von überall Schüsse ab, Dino. Aus Timbuktu werde ich noch beschossen. Und das kann ja wohl nicht sein. Man schießt zurück, ganz einfach. Komm her, den Müllhaufen, den du Bigness nennst, Alter. Auf geht's, Digga. Hops genommen, Digga. Hops genommen. Doppel- und dreifach-Hopsi. War das einer von mir? Lull. Ah ja. Er hier war's. Er hier war's. Er hier war's, also. Komm schon, wir gewinnen das hier. 10 zu 18. Wir sind in der Unterzahl und trotzdem holen wir das Ding. Wow, der hat einen One-Shot bekommen. Könnte man haben. Ah. Ah. Warum Menschen dich töten können. Aua. Ohne Schild, Digga, machst du hier gar nichts, Mann. Aber egal, Leute. Wir carry'n den Sch*** auf mir, Alter. Wir bringen den Gottverdammten Sch*** auf ihn nach Hause, Mann. Digga, ich krieg' nen Heavy-Snipe. Ich lande und krieg' nen Heavy-Snipe. Ja! Moin, Digga. Digga. Mein Gott, Junge. Lösch das Spiel endlich von deinem Computer, du Lappen. Junge, Junge, Junge. Bist du penetrant. Und hässlich zu... Seich, penetrant und hässlich. Das sind zwei Eigenschaften, die kann man dir nicht schönreden, Digga. Tut mir einfach nur leid für dich, dass du so geboren worden bist. Dass du das mitmachen musst. Junge, er schon wieder, Alter. Der hässliche Skin. Oh, Digga, jetzt läuft's aber hier. Uff. Das war ne Menge Kills, Leute. Huhu. Huhu. Soß, Leute. Seß, saß, soß. Lecker Schoss in die Hoss. Lecker Schoss in die Hoss, Leute. Ah! Okay, Leute. Loll, was ist das denn? What the f***? Der sch***, Bro. Ey, what's happening in here? Will ich der ganze Server auch nicht direkt schießen, oder? Ne? Sche***. Da fehlt es in AP, Leute. Auf dafür. Zwei AP, der Dream, Jungs. Zwei AP, der Dream. Komm schon. Komm schon, Digga. Digga, ich werde von allen Seiten durchgehend beschossen. Ist es fair, frage ich euch. Er schießt durch mein Bild. Alles klar. Digga, 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 Digga. Den Falschaden habe ich mir natürlich reingegönnt, um das Game für mich leichter zu machen. Das ist ne ganz klare Sache. Und wieso bläst mein Kostüm nicht mehr aufbelebt? Digga, ohne aufgeblasetes Kostüm bin ich ja niemand. Dann bin ich ja ein ganz normaler Streamer. Ah, da wurde mir der Kill gestillt, natürlich. 44 Kills, das schmeckt auf jeden Fall hier. Guckt euch mein Gottverdammtes Bot-Team an, Leute. Schaut euch mein Team an. Digga, 44 Kills, mein Team, was hat alles gemacht? Gar nichts, Junge. Gar nichts, Alter. Maxify, yeah. Geile Zeit, Alter. Also, Maxify, hast du nur ein Dino-Skin? Könnte sein. Alter, geil, Mann. Maxify, er ist jetzt dabei. Zusammen holen wir ein Fortnite-Win. Yay. Maxify, wir sind ein Dino-Squad. Yeah. Ein Dino-Duo. Dino-Duo, Alter. Komm, wir gehen nach Fettel, Alter. Sch*** auf, Junge. Es empfiehlt es, sich immer dort zu landen. Sonst kommst du ganz schnell abhanden. Zusammen werden wir diesen Sieg holen. Ah, komm, wir gehen nach Paradise Palms. Da wohnt auch Dieter Bohlen. Yeah. Maxify, ich komme herbei. Und ich töte die Gegner. Ei, ei, ei. Maxify, er geht nun down der Schwanz. Maxify, du hast ihn geholt, weil du es kannst. Nimm das Medikit. Du bist heute der Shit. Maxify, zu dem Fall. Es ist ein Mega-Hit. Ach, Mann. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Der hat es, ob er noch gewonnen hat, Alter. Ich muss unbedingt einen anderen Skin nehmen. Ich kann mit Männischen-Skins absolut nicht spielen. Man fühlt sich einfach so langsam. Den hole ich mir, den hole ich mir, Maxify. Oh, lol. In der Luft. Der arme. Der arme, Alter. Du hast halt eine Combat mit. Der kannst du schon mal nicht verlieren. Das stimmt nicht. Ich kann dir zeigen, wie ich damit verliere, Maxify. Mach mal lieber nicht. Okay. Dann gebe ich mir Mühe, ja? Gut, Digga. Irgendwo müssen ja noch Leute sein, oder? Also, kann ja. Nicht mehr ins Heute, glaube ich. Auf, Junge. Auf, 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 auf. Maxify. Hi, hi. Das ist eine Combat. Ich habe eine Combat für dich. Ich habe eine Combat für dich. Gib dir sogar die Leliane. Als ob. Ja? Maxify. Heute ist Dino-Day, Alter. Dino-Dienstag. Yeah. Ist hier irgendwo jemand, dem man vielleicht das Gesicht massieren kann mit der Faust, Alter? Das wäre nice, ne? Gibt es hier irgendwo Menschen, Alter? Da vorne sind welche? Not even close. Böööö. Boah! Wieder durch den Schlitz, Alter. Maschine. Ist jetzt zampelt, sonst ist der wie läuft. Kommst du zu mir, Maxi? Ist jetzt ein bisschen weit weg, ne? Aber ich weiß halt, was du schaffst. Das ist eine Maschine. Er ist low, er ist low, Maxi. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, Digga, maaaannn! Digga, er ist wie der Baugott, sein Vater, oder? Stark. Kannst du meine Karte grabben? Und meine Combat mitnehmen, einfach durchs Gar, ja. Und ein bisschen frei. Und wieder zurück. Wir kommen wieder, Gegner! Das ist klar. Das ist klar. Junge, wieso kennst du dich denn den Sch***strank, Alter? Sag mal, sind meine Eltern Geschwister, oder bin ich einfach nur dumm? Super, das haben wir dann auch geklärt im Maxi-Verein. Ja, war geklärt dann, ne? Heavy über mir. Ah, ah, Hilfe! Na, Junge, soll ich dir helfen kommen? Brauchst du Hilfe? Ne, hab ihn getötet. Wir fliegen zwei Leute hinterher, Maxi-Pile. Ah, ne, doch nicht. Hab einen down. Sehr stark. Ich denk ihn gerne ab. Ich hab 10 AP, Alter, die Zone kommt jetzt. Ist doch geil, Mensch. Ist da ein Sniper, glaub ich, ne? Kein Bock auf Zone-Damage, sein Vater, Junge. Dino Donnerstag, Dino Dienstag. Let's go. Und gönnen, und gönnen, und gönnen. Und noch einen. Oh ja, das ist geil. Mein Tod. Mann, Rebi, dafür macht man extra die Adults. Ups. Alter, das war eklig, Digga. Ich kann mir nur ungefähr vorstellen, was dieser Mann erlebt haben muss. Er hat das Brett auf mich, und ich bin eine Kugel. Mit das Schnipp-Schnipp. Mit das Schnipp-Schnipp. Mit das Schnipp-Schnipp-Schnipp. Mixify, ich bin ein geiler Dino, Alter. Es wird gewonnen. Dino Games. Hashtag Dino Donnerstag. Darf ich mitmachen? Ja. Einer down. Sorry, Bro. Oh, Junge. Ist doch nicht so schlimm. Ist doch alles gut, oder? Ist halt eklig, dass wir genau hier in die Zone müssen, Alter. Das wird unsere Round-Dicker. Auf Dino Dienstag. Let's go. Ich glaube, oben auf der Einsel. Einsel. Auf der Einsel sind Leiden. Einsel. Geil. Bock. 4 AP. Gefühlt bin ich gerade ein Tank einfach nur. Oh mein Gott. Okay, bei mir sind zwei Leute. Oh mein Gott. Unter mir, unter mir. Der wird mich viel nicht lieb. 9, 9, 9. Oh mein Gott. 7, 7, 7. 5, 3. Oh Junge. Fabin. Wollen wir den letzten Trickschatten? Er ist halt bei mir. Ich habe einen Shield Break. Sehr schön. Yeah. 20 Ks zusammen. 20 Bomb. Auf geht's, Digga. Dino Dienstag, meine Freunde. Dino f*** Dienstag. Okay. Leute, liebe euch alle. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye bye.